Hallo, Thema Hautpflege heute. Hast du vielleicht Schwellungen im Gesicht? So unter den Augen? Und du möchtest die loswerden? Weißt aber nicht wie? Dann guck doch jetzt einfach mal zu. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das hier, was sich so unterm Auge staut, los wird. Es gibt Lymphdrainagen, wo du dann in verschiedenen Techniken, schau einfach mal unter diesem Stichwort bei YouTube rein, die Augen entstauen kannst. Das ist schon mal eine wunderbare Geschichte. Aber alles, was kühl ist, das bringt einen besonderen Vorteil. Und da habe ich heute drei kleine Hilfsmittel für dich, die du dir einfach mal anschauen kannst. Als erstes habe ich hier einen sogenannten Augenstein. Das ist so wie so eine kleine Schale. Ist jetzt in dem Fall aus Bergkristall. Gibt es aber aus ganz vielen Halbedelsteinen. Gerade wer da auch so denkt, das ist ja alles so ein bisschen Esoterik und das hat auch was mit Glauben zu tun. Und selbst wenn es nur einen Placebo-Effekt hat, ist das alles wunderbar, was der einzelne Stein kann. Ich habe mich immer für diesen Bergkristall entschieden. Ich weiß nicht warum. Und dieser schwarze, jetzt weiß ich aber nicht, wie der heißt, der so schön glänzt. Das ist ein Augenstein, weil man den aufs Auge legen kann. Und wenn man den vorher im Kühlschrank hatte, ist das nochmal doppelt angenehm. Also dadurch, dass er hier so eine kleine Mulde hat, passt er wunderbar genau aufs Auge. Bitte legt diese Steine nicht in die Tiefkühltruhe, weil das wäre viel zu kalt und würde eher gegenteilige Probleme auslösen. So aus dem Kühlschrank oder jetzt Zimmertemperatur reicht auch schon völlig aus, sich das einfach mal hier so draufzulegen. Oder auch mit der gewölbten Seite nochmal ein bisschen hier so auszustreichen, rund ums Auge. Hier mal mit einer Pflege über die Nasolabialfalte gleiten lassen. Einfach irgendwo im Gesicht auflegen, wo diese Kühligkeit haben möchtest, wo es gut tut. Dann gibt es auch in Esoterikläden oder Halbedelsteingeschäften solche Stäbchen, auch wieder aus unterschiedlichem Material. Auch die kann man zum Kühlen nehmen, auch wieder entweder aus dem Kühlschrank oder nur so. Und auch damit, da ein bisschen Creme drunter, so über die Haut gleiten lassen. Dann hat man mehr Auflagefläche. Und das fühlt sich einfach nur richtig gut an und entspannt. Gerade hier, wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man hier so reingeht. Oh, einfach herrlich. Da fällt mir ein, ich habe irgendwo noch so einen Holzstift, da ist vorne so eine kleine Kugel drin. Mal gucken, ob ich das gleich finde, dann hänge ich es noch an. So und so die Haut zu bearbeiten ist einfach nur klasse. Was in der letzten Zeit ganz häufig zu sehen war, bei ganz vielen YouTubern, das sind diese Halbedelsteinroller. Das ist jetzt eine Rosenquarzroller, gibt es aber auch aus Jade. Meinen habe ich irgendwann vor kurzer Zeit bei Aldi gekauft. Jetzt trage ich mal hier mein Lieblingsserum auf. Das ist aus der Skin Effect Serie. Sehr, sehr schönes Produkt. So mein absolutes Lieblingsprodukt geworden. So, dann trage ich das auf und gehe dann damit, es gibt zwei Seiten, den kleinen und den großen, auch nochmal so über die Haut. Ah, das ist exakt das, was ich jetzt eben gezeigt habe. Aber noch angenehmer, weil das rollt ja. Das hier muss man ja so über die Haut bewegen und hier hat man so einen Roller. Wow, das ist einfach nur gut. Selbst wenn es nichts hilft, es hilft, sich wohlzufühlen. Möchtest du dich wohlfühlen? Welche Frage, oder? Möchtest du schöne, erfrischte Haut? Dann nimm dir irgendwas Kühles. Und wenn es ein Silberlöffel ist. Vielleicht hast du sonst noch irgendwelche Tipps. Die klassische Gurkenscheibe. Aber diese Roller, die sind eben insofern toll, weil die sich bewegen lassen. Und auch da wählst du dann den Halbedelstein, der dir vom Bauch her direkt zusagt. Einfach, oder? Hautpflege kann super simpel sein. Man kann auf ganz teure Wirkstoffe bauen. Aber die Mechanik, die man da ins Spiel bringt, dieses sich liebhaben, dieses Ausstreichen, das Einmassieren, das Klopfen, das Rollen, wie auch immer. Das ist das große Geheimnis, warum es doppelt wirkt. Was ich nicht gerne mag, das sind diese Roller mit den vielen kleinen Nädelchen, weil das hat was von Selbstverletzungen. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich stehe da auf Kühlung. Und ich glaube, ich rolle jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und du schreibst drunter, womit du dein Gesicht kühlst. Vielleicht mit einem Teebeutel, grüner Tee. Nicht wegschmeißen, sondern in den Kühlschrank legen. Oder, oder, oder. Ich bin gespannt auf unsere Austauschbörse. Hier unten. In diesem Sinne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.